Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Yeah! Und es kann sein, dass ich angerufen werde... Nein? Hm. Ich wurde im letzten Part, wo ich den beendet habe, wo ich speichern war, wurde ich angerufen. Ich bin aber nicht rangegangen, weil ich das für die nächste Aufnahme mit reinbringen wollte. Fuck, aber der müsste irgendwann nochmal kommen. Äh, ich hoffe es doch, oder? Den habe ich jetzt verpasst. Normal kommt der doch dann immer direkt. Naja, ist jetzt auch egal. Äh... Auf jeden Fall bin ich hier nochmal bei Wusi. Ich habe hier jetzt viele Möglichkeiten. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da angerufen hat oder mich anrufen wollte. Ob ich da noch eine Möglichkeit habe für eine Mission. Äh, aber ich würde sagen, ich gehe nochmal zu Wusi. Da war ich ja lang nicht mehr. Auch wenn ich jetzt hier zu zwei anderen Typen kann, wo ich noch gar nicht war. Außer wenn es Tenpenny ist. Aber in Las Venturas war ich noch nicht bei ihm. Aber egal, so. Bei Wusi. Oh, ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt hier drin. Mein Leben hat oft in der verdammten Offizie gespürt. Hallo? Ähm... Ja? Und jetzt? Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, da kommt der Anruf auf jeden Fall. Was war denn das jetzt hier? Hallo? Carl, es ist ich, Kent. Die Leone-Familie hat ihren Gehör. Salvatore ist hier. Jetzt, er hat über Caligula genommen. Wir sind verabschiedet. Es ist Krieg für die Kontrolle auf den Touristen, Mann. Krieg! Krieg! Es gibt ein Wort von Triad-Visitern oder etwas, das sie sich beschäftigen müssen. Ich kenne mich aus dem Badger. Ich muss gehen. Ich muss wirklich gehen. Sprechend. So, ähm... Ja. Ist das jetzt weit weg? Sonst schneide ich das. Nein, das ist direkt hier. Okay. Das hole ich jetzt hier noch mit. Das muss ich jetzt nicht unbedingt wegschneiden. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt wegen der Videosequenz. Sorry, Elvis. Hm. Ob das so richtig so war? Hm. Muss ja. Keine Ahnung, was es hier soll. Könnt ihr mir ja schreiben, was das auf sich hat. Oh, immer diese weiten Strengen zu gehen. Ken auf dem Klo. Ich komme. Spül dich nicht weg. So. 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 Das sind wir hier? Da ist dein sandwust. Wer ist dieseадно, die anderen? Ich hab heute seit career ein B Ge梯 schon übersichtlich Builder. Ich liebe diese Frau. Was ist deine Name, Mama? Mares und Training ist nicht dafür zu enthalten. nouvelles Frau von Mag制alen. Ich habe gehört die Turne. Komm schnell.- Wie? Bist du mich? Bis zum nächsten Mal, Leute. Bist du mich. Der Flug wird in schnell. Reise als String Quartet. Ich wollte einige von den Jungs als ein kleines Wettbewerb machen. Aber vielleicht kannst du es ausfüllen. Danke, Herr. Ich versuche, dass du das nicht regrettest. Du bist dort, Rosenberg. Ich will nicht, dass du dich verletzt hast. Begib dich zum Flughafen. Okay, was geht denn jetzt hier ab? Ken darf nicht mehr der Boss spielen. Naja, ich finde ja auch nicht, dass er ein Boss ist. So wie der kokst und scheiße labert. Okay, oh, das ist ja hier schon direkt. Wir müssen jetzt hier welche willkommen heißen. Denke ich mal. Auf unserer Art. Ja, hol mich mit. Oh, was für ein Service. Danke. Ich will aber mein Motorrad nochmal. Das kann ich vielleicht gebrauchen. Ja, okay. So. Äh, hier rein. Und jetzt? Ich glaube, das Flugzeug im Hangar. Oh, ist das der... Ist das das Große? Nein, das müsste doch... Nein. Nein, das war nicht das Große. Kann man das überhaupt irgendwann mal fliegen in einer Mission? Ich weiß es nicht. So. So. Oh, wunderschön eingepackt. Äh. So. Sorry, das war meine Maus schuld. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ich dachte, wir müssen jetzt hier welche empfangen. Die Maschine mit den Kindern soll bald landen. Fangt das Flugzeug ab, bevor es in das Turas ankommt. Hä, wie soll ich das abfangen? Das Flugzeug hier kann doch gar nicht schießen, oder? Hä? Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Äh, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie hoch das ist. Muss ich auf den... Aufs Radar gucken. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt hier machen soll. Boah, wie hoch ist das denn? Komme ich überhaupt so hoch mit meinem... Mit meinem Flugzeug? Das ist voll das Popelflugzeug. Okay. So in der Höhe etwa. Nein, das war zu hoch. Der landt wahrscheinlich. Das ist im Landanflug. Ja. Äh. Boah, das ist jetzt hier weit über Meer, oder was? Da gibt es doch auch noch eine Mission, wo man nach Liberty City fliegen muss, oder? Aber das ist das nicht. Dann fliegt man einfach aufs Meer hinaus. Und... Dann ist man auf einmal in Liberty City. Ich weiß gar nicht, wann die Mission mal kommt. So, wie hoch ist das denn jetzt hier? Äh... So, okay, die Höhe. Die Höhe halten. Sieht man das auch irgendwann mal? Boah, wie soll ich die Höhe denn halten? Mit diesen Turbulenzen. Nein, das ist zu niedrig. Ich will auch jetzt hier nicht auf die Karte schauen. Im Menü. Weil mein Spiel stürzt manchmal ab. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ah, okay, da ist es. Bringt die deinen Maschinenherst und flieg in die Markierung. Boah. Boah, es geht dazu ab. Das hätten sie mir früher sagen können. Ich fliege genau drauf zu. Okay, ich muss... Ja, das Flugzeug ist doch schneller! Seid ihr dumm? Wie soll ich das denn schaffen? Hallo? Boah. Oh nein, Wolken. Da leckt das Spiel immer. Äh. Ja, ist klar. Das fliegt doch viel schneller. Boah, nein. Scheiß Wolken. Es legt überhaupt nicht, oder? Ich glaube, ich kann die Mission abhaken. Das kann nichts werden. Der ist ja schon fast da. Oder? Ganz langsam. Ich bin einfach dumm drauf zugeflogen. Okay, es könnte klappen. Ich komme immer näher. Oh, das wird hier sehr, sehr knapp. Was? Was zum Teufel? Wo ist der denn auf einmal hin? Ist er hier abgestürzt? Wie soll ich das denn schaffen? Seid ihr dumm? Okay, ähm, ja, ich mach's nochmal neu. Und wir sehen uns dann hier gleich in der Luft wieder. So, ich bin nochmal hier. Äh, und jetzt muss ich das aber besser machen. Okay, so. Ich bin jetzt hier in eine kleine Schleife geflogen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Und es wird wieder sehr eng. Aber ich bin ja viel näher dran. Und ich hab wieder einen Anruf bekommen, aber ich bin wieder nicht rangegangen. Ich bin voll busy im Moment. Okay, oh, hat geklappt. Okay, was macht der jetzt? Oh, ist der bekloppt. Muss ich hier noch was machen? Ich hoffe nicht. Okay, er steigt ein. Ach, ich denke, ich muss das, äh, Flugzeug landen. Bewege dich nach links oder nach rechts, um in Deckung zu... Boah, ist zum Teufel, lass mich doch mal hier. Alter. Wie dumm ist das denn? Ich war gar nicht an der Maus, auf einmal schießen die. Wie und für war das denn? Oh, Alter. Ja, blutet alles voll. Oh, der Pilot. Ich gehe nicht runter, ohne einen Kampf. Bäm. Scheiß Pilot. Ja, in deinem Flugzeug zu schießen. Flieg das Flugzeug zurück zum Flughafen. Okay. Wie hoch bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin nicht zu hoch. Was zeigt jetzt hier der Pfeil an? Ist das der Flughafen? Nein, normal ist doch die... Achso, das ist eine andere Landebahn, denke ich. Ich flieg einfach mal in die Richtung. Kann ja nicht so verkehrt sein. Und was wird sehr eng mit der Zeit? Knapp über 10 Minuten. Wird dumm, das in zwei Parts zu schneiden. Boah, wo bin ich? Okay, das Land. Was ist denn das für ein Flughafen? Ach, das ist meiner, okay. Mein Flugplatz. So. Bin ja gleich schon da. Bin mal gespannt, wer mich da jetzt angerufen hat. Bin ja nicht rangegangen. Mal schauen. So, okay. Das ging ja recht gut. Im zweiten Anlauf. Ja, im ersten Amtchen bin ich ein bisschen zu... Zu dumm geflogen. Da wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt da. So, und was muss ich jetzt machen? Ich bin da. Wow, geil. 15.000. Ich schau mal, vielleicht bekomme ich jetzt den Anruf noch. Fahrt das jetzt eh gleich zu Ende. Ähm. Keiner will mich anrufen. Hallo. Ich steig mal nochmal ein und dann nochmal raus. Nein, okay. Ähm, ja. Das war's dann für den Part und wir sehen uns in einer Woche. Erst wieder, ja. In einer Woche, nicht morgen. Ähm, warum? Das sag ich euch nachher. Da lade ich ein kleines Video hoch. Also, bis in einer Woche und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.